Drei Schritte, die du brauchst, um deinen Bass einen Halbton runter zu stimmen. Schritt 1. Nimm deinen Bass und ein Stimmgerät. Schritt 2. Stell deinen Ketuner auf C. Schritt 3. Die Seitenstimmen. Stimme deine E-Seite runter auf S. Dieser Ton könnte auch genauso gut Dis heißen. Die A-Seite runter auf Ass. Oder wie hier angezeigt, Gis ist der gleiche Ton Ass oder Gis. Die D-Seite runter auf Cis bzw. Des ist der gleiche Ton. Und die G-Seite runter auf Fis bzw. Ges. Auch das ist der gleiche Ton.